wie sieht schatschi und jargon engel er lockt einfach ja okay ja es wird schon fein sein ich mag ja und gegen kassel überhaupt gar nicht aber na gut ja okay das ist so ist so ein abfuck immer wenn du also holt ist kannst du dich keine ahnung kannst du einfach w und du kannst nichts tun oh mein gott was tpn maids nehmen wir die goldlands sind greedy oder denken wir bot oder gehen wir base und die finden top ok top ist 2 das f**k ok terry calm down was ist das für ein tp das war so ein grief tp von beiden toplanern wir brauchen sie nicht weil wir gewinnen eh schon aber die führer tp also um zu counten obwohl der fall schon längst verloren ist für sie hä können wir danach direkt den dragon demodobot lander markieren also ich bekomme halt hier aber auch der weg deswegen mache ich den jetzt einfach ich bin ziemlich sicher der nennt gerade super super erp die krabbe wegen sich oh mein gott nice ich bin so lucky ich kann halt nicht eke ohne also deswegen mache ich das halt nicht die verlieren einfach wow no f**king way sind die unlucky das ist ein tilter das ist einfach ein filter wo ist darf ich da nicht hin oh mein gott ich hab nicht mal den smite hinbekommen wir müssen irgendwie die soul kriegen ich weiß nicht genau wie wir müssen irgendwie die soul kriegen damit wir das game gewinnen können ich denke ich bin ein easy kin das ist echt insane das ist echt insane Okay, das wäre jetzt perfekt. Also wie gesagt, Teamfighter werden wir immer gewinnen, deswegen sollten wir auf jeden Fall der Dragon stacken. Das Quill, da kommt gleich jemand und kill uns alle. Alter, sind wir disgusting. Keine Ahnung Leute, Teamfighter sind wirklich hart verdient. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir sind schattig, no. Okay. Ah, wir sind leider viel zu eingegangen, das war terrible. Oh wait, das ist eine Führer? Hat jemand gekeilt? No, 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 we don't win. Alter, die Führer hat leider meine IQ super gut geblockt. Ich muss den 2. Scheiß auf Nash. Kriegen tatsächlich Nash. Ah, Team, Null! What? Ich meine, das sollte jetzt in der Theorie unser Dragon sein. No? That's the point. Okay, wir verlieren wieder, oder? Actually, der 6 muss die 4 war hinten. Nice, okay, GG. Uff. Tod. Hier war es nicht in der Nähe. Uff. Wir haben die gecancelt. Stirb! Als hat dieser 6 so ein Lucky noch. Nein! Was soll das? Das hätte ich einen zweiten Quarter Kill. Ach, ne meins. Seelen war gewonnen, ja. 6 ist natürlich komplett broken. 5 Sub gifst, wenn du 25 Major Stacks schaffst. Das ist ein Deal. Und wenn nicht, bekomme ich VIP? Ne. Nein, nein, nein. Genax will auch Rank 1. Also der Unterschied zwischen Genax und mir ist, dass ich es schon öfter war. Genax ist Rang 8. Oh, wait. Genax ist Rang 8? Deswegen ist jeder sagt Rang 1. Ich meine, Envy sagt auch, dass er Rang 1 kriegt. Er ist noch nie in seinem Leben in der Nähe gewesen. Wichtig ist, da das Smile zu setzen. Hm, das war's fun. Ich bin jetzt schon mal mit dem Oversmite. I can't move. Sollen wir uns anfangen, mal einen Dark Sea zu kaufen? Warum ist hier ein Level über mir? Wie unfair. Ja. Ich hab das Gefühl aber nicht, dass ich auf 25-6 geworden bin, weil unsere Teammates sehr viel stärker sind als ich, actually. Okay. 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 I mean, we're getting there. Das ging irgendwie super super easy. Okay, noch ein Kill. Oh, jetzt hier. Ah, an assist. Okay, we have 1 tag left. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt. Wir. Okay, here we are. There we go, we did it, boys. We did it. Dankeschön, Brent. Der hat die meisten mir besorgt. Wow, Timmyboy. Danke dir. Ern, Mann. Das im Internet musst du halt dein Wort nicht halten, ne? Also wenn das dann Leute tun. Und das passiert ja auch oft, dass die Leute so was machen und dann nicht halten. Aber wenn es Leute tun, ist das echt zufrieden. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr viel konzentriert. Ich bin nicht. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich keine Fehler mache. Das ist alles. So viel ist er nicht dabei, tatsächlich. Ah. Oh, ich habe es nicht. Das war tatsächlich Cloud Dragon. Cloud Soul. Cloud Soul hat mir gerade so viel Moves gegeben. Kill. See? но hat es 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 Untertitelung des ZDF, 2020